hallo und willkommen auf meinem kanal in diesem video zeige ich euch die webversion von bison bisher konntest du nur über die bison app bitcoin und co kaufen und verkaufen jetzt kannst du auch über die webversion über desktop oder tablet kryptowährungen handeln nachdem du dich in der webversion eingeloggt hast siehst du die portfolio übersicht deines bison kontos du siehst den gesamtwert deines portfolios die veränderungen und deine kryptowährung die du hältst aufgelistet unter dem menüpunkt marktübersicht siehst du die marktübersicht über die kryptowährung die du über bison handeln kannst den zeitraum der chartansicht kannst du anpassen und mit klick kaufen oder verkaufen kannst du die jeweiligen kryptowährung wie in diesem beispiel bitcoin kaufen oder verkaufen unter dem menüpunkt limit orders kannst du eine limit order einsetzen hier wählst du als erstes die von dir gewünschte kryptowährung wie zum beispiel bitcoin aus hier kannst du nun einen limit preis eingeben zu dem du bereit bist die kryptowährung zu kaufen beziehungsweise verkaufen unter dem menüpunkt preisalarm kannst du einen preisalarm erstellen so dass du benachrichtigt wird wenn ein preis nach deinen kriterien erreicht ist so dass du dann dementsprechend danach handeln kannst in den profile einstellungen findest du zum einen die transaktionsübersicht zu deinem konto deine persönlichen informationen kannst du ändern du findest ja ein info report den du für deine steuererklärung verwenden kannst einen kontoauszug kannst du dir erstellen sowie geld ein und auszahlen und auch kryptowährung ein oder auszahlen hat dir das video gefallen lasse gerne ein like da und abonniere meinen kanal um kein video mehr zu verpassen bis zum nächsten mal ja